Ja, heute mal was anderes. Ich habe mir ein Mikro gekauft. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin technisch nicht so gut. Die habe ich gerade gefunden. Karten habe ich keine gefunden, dachte ich mir. Da ich ja alles sammle oder viel sammle. Zu viel eigentlich. Aber die ich dann endlich gefunden habe, habe ich mir die 4 mitgenommen. Kann noch nicht wahr sein. Auf, ja. Zack. Das ist die neue Serie. Ja, ich freue mich. Speedy Gunsans. Hübsch, hübsch. Oh, den baue ich gleich auch. Und jeder, der nicht weggeschalten hat. Nein, jetzt wird er auch noch. Doch, hier ist er weggeflutscht. Oh, falsch rum. So rum. Was ist denn das hier an der Seite? Ja, so. Oberkörper. Kopf ist mit Helm, äh, mit Hut, alles in einem. Aber hübsch, ey. Cool. Ein Speedy mit bedruckten Käse-Ecken. Das freut dich. Oh, was ist denn hier mit meinem Fokus los? Können wir aber nicht wahr sein. So, und jetzt. Hier. Für die, die trotzdem dran geblieben sind. Mein Fokus, was ist denn hier los? Ist das hier Fokus? Nein, das hier ist Fokus, hm? Ja. Ja. Zack. Mal ein bisschen runter. Ja. Ich hab doch alles. Nichts. Zwölf Stück gibt's davon. Zwölf verschiedene. Vier hab ich kaufen können. Viele können das auch ertasten. Oh. Ich hab die... Bunny heißt sie, glaub ich schon. Aus Space Jam. Bunny Bunny. Oder Funny Bunny, keine Ahnung. Oh, mit einem anderem Basketball. Ja. Lego Figuren hab ich vorher gesammelt. Alles ein bisschen viel, platzaufreibend. Und dann kommt meine Tochter mit. Pokémon Karten. Und zieht natürlich in den ersten zwei Boostern Olivia Rainbow und das war in einem Doppelblister. Und, und. Ninetale. Oh, noch was. Yeah. Tweety. Tweety. Hammer. Ah ja, Tweety hat nen Hammer. Stimmt ja. So nen... So nen Rischchenhammer. Aber den brauch ich jetzt nicht zusammen. Hab ich keine Lust drauf. Guck mal hier. Ich hab hier nochmal wieder ein für euch. Ah, hab ihr Tweety grad gehabt. Tweety. So. Vier Päckchen hatte ich. Das letzte Päckchen hier. Bugs Bunny. Perfekt. Wär schön, wenn du mir mal einschreiben... wie sich das jetzt mit dem neuen Mikrofon anhört. Ob das überhaupt eingeschalten ist. Also ob du geklappt hast, wie ich mir das vorgestellt habe. Voll technisch bin ich nicht grad die hellste Kerze auf der Torte. So. Ist mal dazu. Zu blöd. Ja. So komm her. Komm her. Na. Ist was doch. Wunderschöne Legfiguren. Ich steh drauf. Hier. Weil ihr so Hammer geil gewartet habt. Dafür gibt's den hier auch noch. Dankeschön fürs Zusehen. Freut mich, dass ihr mal was anderes mit mir angeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.